Heute meine kleinen Bastards, willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, Leute, heute machen wir ein Color Switch Minigames mit meinem Freund André. Ich seh da hinten Burger King, ich hab dir nicht zugehört. Natürlich hast du nicht zugehört, du Fettzack. Freunde, wir haben eine wunderschöne Map rausgefunden, denn hier gibt es richtig viele Maps. Klassik, Gravity, Gun Game, Triangle und Shapes und YouTubers. Denkst du, wir sind da auch bei YouTubers? Safe, bro. Wir sind weltweit bekannt. Wir sind international. Okay, André, was nehmen wir, was nehmen wir? Sag schnell, wir nehmen... Okay, alle wollen schon verloren. Wir haben schon verloren. Wir haben wie in Shapes, Digga, komm. Immer weg von dem Mainstream, Digga. Meine Stimme zählt nicht, nicht mal eins kommt bei Trangle. Gänsehaut, Digga, danke für deine Stimme. Und mit dabei ist heute Calvin, Heldepren, Jaguar, Baby, Spaß. Wir kennen die Leute einfach gar nicht. Okay, ich werde alles zerfetzen. Oh mein Gott, okay. Ich werde alles zerfetzen, ich sag dir ehrlich. Okay, wo ist Logo, wo? Okay, Logo. Ja, die haben Angeln und hau dich schon runter. Nee, die schreibt, die schreibt. Achso, die haben irgendwas. PewDiePie, PewDiePie, PewDiePie. Was hat PewDiePie nochmal für ein Logo? Faust. Faust, meine Sicht. Oh, ich habe es noch geschafft. Ey, ich spitze da keinen. Ich habe wilde Feind gerade gehabt. Junge, die sind so ehrenlos. Er hat eine Angel. Nicky, 30. Nicky, 30. Ciao, André. Nicky, 30. Nicky, 30. Ich habe nicht mal gecheckt, dass das schon weitergeht. Loser Fruit, Loser Fruit. Ja, bin ich, bin ich, bin ich, bin ich, bin ich, bin ich. Okay, sie ist runtergefallen mit dir, Dings. Er will gegen mich Schlägerei, Bro. Sei vor Piqué. Bin drauf. Oh mein Gott. Er will Schlägerei. Shaki, 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 gegen den Schlägen der Schlägerei. Wer ist das? Mr. Sandwich. Das ist das. Oh mein Gott. Oh, 2 gegen 1. 1 gegen 1. Geschlafen, Mr. Beast. Bro, du weißt, Leute, ich sage euch ehrlich, wenn es ein Color Switch Turnier geben würde, ich würde alles gewinnen. Ich bin Pro. Der ist echt wild. PewDiePie. Naruto ShippudDiePie. Boah. PewDiePie. Guck mal, ich mache Loser Dance. Geh zu ihm hin und schlag ihn. Komm, komm, komm. Komm zu dir, schlag ihn. Er hat einen Jetpack. Er hat einen Jetpack. Bro, das ist ja übel unfair, Digga. Ich werde ihm so zeigen. Guck mal, guck mal, ich werde ihm so zeigen gleich, dass er gar keine Chance hat. Komm doch, komm. Eigentlich muss ich rüberspringen und knüppeln, Digga. Ja. Ninja. Ninja. Sag mal, man. Jetzt. Guck mal. Er hat gleich keine Power mehr. Ah, mein Nei. Oh, ich war. So, ich sag dir ehrlich, guck mal, er hat einfach einen Dings. Das ist ehrelos. Ich sag dir ehrlich. Das ist echt ehrelos. Okay, wie viele Dings habe ich? Ich habe zwei von diesen Dingsbums. Von den Diamanten. Was können wir uns holen damit? Ich habe eine Eichel und Diamant. Gar nichts, Digga. Eichel habe ich auch. Guck mal, hier ist Glass Bridge. Immer links, links, links. Immer links. Diamonds. Äh, äh? Er hat geschummelt einfach. Er schummelt einfach. So. Und dann ist er gesprintet. Guck mal, was so ein Schumler ist. Und dann hat er den hier gemacht. Und dann hat er den hier gemacht, glaube ich. Ja, und dann? Manometers. Hier rüber. Oh. Und nochmal hier rüber. Nein. Ich war wild am Start. Okay, komm. Gun Game, wenn du dich traust. Boah, Gun Game ist safe, Wild. Komm, Gun Game. Oh, Classic wäre aber auch wild. Aber du weißt, Leute haben Jetpack und so, ne? Egal, wir müssen die zerfetzen mit Gun... Äh, mit Dings. Okay, wir zerfetzen die. Wir müssen als Team heute agieren, André. Nicht gegeneinander, sondern als Team. Wild. Schwierig. Warum? Ich kann das nicht. Doch, du musst. Okay, ich muss. Vertrauen. Schieß einfach. Baller, 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 baller. Sehr schön. Sehr schön. Sie wollen mich knallen. Ich weiß nicht, warum. Ich habe eine Sniper. Er ist bei mir. Dieser Takeshi Carsten. Ich habe ihn gegangamed. Bro, dieser Takeshi ist Carsten. Ich habe ihn. Ich bin schon raus. Armin, ich habe nicht auf die Farben geachtet. Es ging eine Runde vorbei, Bro. Hä? Okay. Komm, Gäste-Logo. Komm. Ah, Gäste-Logo? Komm, ich bin dabei. Komm. Warte, ich komm. Okay, sieh da einfach komplett. Ah, ne, sieh nicht gleich. Drei von diesen Diamonds. Boah, das erkenne ich direkt. Guck jetzt. Ich nicht. Ich bin echt ein Noob. Aber ich sage links. Links, ja, ja, links. Dann, äh, rechts. Okay, links. Ja, gut, das weiß ich. Boah, was ist das, Digga? Was ist hier jetzt falsch? Links, safe. Nein, danke. Rechts. Nutella, das ist schwarz hier vorne. Dann Pepsi ist oben rot. Shell ist so. Ah, meine, ich hatte es sogar richtig. Okay, Shapes. Komm, Shapes, Junge. Komm, Shapes, Junge. Komm, Shapes, bitte. Bro, warum machen die YouTuber? Komm, wir gehen Triangel. Ah, wir haben schon gewohnt. Wir haben schon gewählt. Du kannst es nicht mehr. Okay, Bro, ich sage dir, Rematch gegen diesen Takeshi's Castle-Typ. Guck mal, ich sehe schon wieder einer hier. Guck mal, er hat wieder Jetpack und so. Und er hat so Blubberblasen. Aber wie viel muss man spielen, damit man Jetpack holen kann? Das ist eine gute Frage. Das müssen wir gleich mal abchecken. Weil ich habe eine Waffe. Ich habe eine Waffe, Bro. Labe nicht. Knall die ab. Ich habe, ich habe, knall. Ey, warte, warte, der hinten, der mit den Blubberblasen ist Mr. Savage. Hier, vor dir, vor dir, vor dir, knall ihn ab. Kill ihn. Hab ich. Wichtig. Wichtig. Okay, Mr. Beast, Mr. Beast. Und jetzt musst du den, diesen Takeshi-Typ, wo ist der da hinten? Nimm, 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 da. Ich habe vier Schuss, vier Schuss nur. Okay, das war's. Lose Fruit, alles gut, alles gut. Ich habe noch, ich habe noch Schuss. Genau auf jeden, Digger. Knall ihn. Loser Fruit, bleib stehen, einfach, bleib stehen. Hab ihn, okay, ist wichtig. Was muckt der? Ich habe noch 14. Mr. Beast, I4. Okay, 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 okay. Ich habe noch acht Schuss. Er ist untergefallen. Nein, kriegst du noch. Nice, wichtig. Okay. Mach Baby Ghost. Ninja, Ninja, ein hier nach vorne links. Ein, ne, ne. Er hat sich gehealt. Hab ihn. Ich habe noch zwei Schuss. Äh, Mr. Nick, nicht getötet. Bro, wir müssen die Knüppeln. Bro, wir knüppeln ihn. Okay, eins gegen eins, Junge. Okay. Ähm. Ja, ich glaube, ich habe gewonnen. Wenn es zu dir gewinnen wird, ich würde gewinnen können. Ey. Ich bin bei Shell. Discord ist das. Ne, warte mal. Discord ist, warte. Wie sieht es aus? So. Samsung ist, äh, so. Bro, und jetzt. Okay, warte mal. Hat der jetzt einen Stern? Der hat einen Stern in der Brust. Ah, mein ATM war falsch, Bro. Oh my God. Links. War richtig. Bro, ich sage dir ehrlich. Zack, gewonnen. Oh my God, wie viele Diamonds kriegt man? Aufsammeln? Ich habe 13, man braucht 250. Man kriegt fünf von denen, wenn man winnt. Oh. Und für, guck mal. Zehn um, was nehmen wir? Der war für dich. Classic, Gravity oder Gang. Komm, Classic, Classic. Mach Classic. Einmal eine Runde Classic, danach keine Chance gegen Modoman. Ich sage dir ehrlich. Ich werde jetzt das Ding nach Hause holen und dann werde ich mit dir rumküssen. Okay. Aber nur, wenn du es willst. Wenn es Turnier geben, du würdest gewinnen. Guck mal, pass auf, wenn ich ein Turnier, guck jetzt. Warte ab, Digga. Du wirst nicht gegen mich mucken, Bro. Hast du gesehen, was ich mit der Pistole mit dir da angestellt habe? Ja. Muck lieber nicht. Guck mal, wie er schlitzt mit seinem Schlitzmesser. Grün kommt. Purple. Hier, ich bin drauf. Oh no, Andre, komm schnell zu mir, komm schnell zu mir. Andre, es ist dein... Schwer, Jetpack, alles. Owens, ich bin raus. Owens, Owens. Wie, du bist raus? Rainer hat Eisfläger. Nein, das ist ekelhaft. Das ist ekelhaft. Ich habe einen gekillt. Blue. Ich schaffst das. Geh weg, Takeshi's Castle, Junge. Takeshi, Takeshi's Castle, Junge. Pink. Habe ich, wichtig. Guck mal, gewonnen. Ich mache Loser Dance, für alle. Boah, die schlitzen sich, die schlitzen sich. Yellow. Meier Jetpack und Messer. Wow. Hä, er ist AFK einfach, der Typ. Hä? Okay, wichtig. Nein, 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 nein. Die letzten drei. Oh mein Gott, der hat Stinker auf dich geworfen. Orange, Orange. Orange, ich bin auf Orange. Ab ihn, Junge, ich habe ihn Ops genommen, Digga. 101 gegen Takeshi. Turnier Roman. Gegen Takeshi's Castle, Bro. Er wirft ihn mal davor, er ist übeldumm. Jetzt müsste er werfen. Übeldumm ist er. Okay. Pink, oder? Okay. Er hat Jetpack, ne? Komm, ich mache Loser auf ihn. Ich mache Loser auf ihn. Er hat Jetpack. Guck mal, wohin er geht, Digga. Bah! Geh rüber und hau ihn. Geh auf grün. Nein, guck mal, ich werde ihm zeigen, dass ich das so schaffe, ohne irgendwelche Items. Okay. Aber er fliegt einfach hoch, wenn er verkackt. Nein, 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 kann er nicht. Habe ich verboten. 30 Sekunden noch. Dann habt ihr beide gewonnen. Ah! Echt? Echt? Okay, okay, warte ab, Junge. In dein Gesicht, Junge. Yellow. Hä? Er ist runtergefallen. Und er kommt wieder hoch. Er ist so dumm. Er ist so ehrenlos. Jetzt klatsch ihn. Bro! Zeig ihm, wo der Hase hängt. So, Digga, so und nicht anders. So und nicht anders, Bro. So und nicht anders, Bro. Komm her, Junge. Komm her. Dein. 5 Sekunden. 3 Sekunden. Ich habe gewonnen und er auch. Checkers-Kill hat gewonnen. 20 habe ich. Ey, pass auf, ich hole mir jetzt ein Item hier hinten. Komm mit, komm mit, komm mit. Komm mit, komm mit, komm mit. Okay, ich komm mit. Hier hinten, hier hinten. Guck mal, hier gibt es noch Handschuhe und so. Wie viele haben die gespielt, dass die ein Jetpack aufgehört? 500? Okay, 99, Digga. Ich kann mir hier eine Angel holen, Digga. Angel ist wild. Ich habe mir eine Angel geholt. Angel ist echt wild. Wir müssen es weiter arbeiten. Angel und ich sage ehrlich, für 10, ich hole mir so einen Trail. Auf süß. Boah, ich bin eine Kugel. Bubblegum. Wie heißt das? Komm, Schlechtes. Du bist echt eine Kugel. Komm mit, komm mit. Vertrau. Ja, okay, haben wir noch nie gemacht, ne? Ich speedrun das, ich speedrun das. Was war das nochmal? Hier rechts. Rechts. Dann links. Dann links. Dann rechts. Dann links. Ah, mein ne. Ich bin down. Okay, lass Triangle machen. Triangle. Okay, Triangle. Let's go, Triangle. Ja, du redest richtig wie so ein Türkei-Englisch, Digga. Guck mal, was laberst du? Triangle ist wichtig. Ich schätze, du hast diese türkische Aussprache. Ich sage dir ehrlich. Ich sage euch ehrlich, Freunde. Wenn ihr Englisch redet, das R ist ein W. Triangle heißt das. Nein, das heißt Triangle. Triangle. Nicht Tri. Triangle. Wong. Oh, schade, ich bin fast down gegangen. Okay, okay, warum Wasser aber? Was müssen wir machen? Warum Wasser aber? Hä? Das ist ja übel dumm. Mein Alter bringt mir gar nichts. Red. Was ist Red? Ich bin bei Red, glaube ich. Red? Ja. Ich war nicht bei Red. Hä? Ich war auch bei Red. Bro, wir waren bei Orange. Ja, wo soll man wissen, wenn Wasser aber ich weiß? Boah, sollen wir das wissen? Komm mit, komm mit, komm mit. Wir machen weiter. Wir sammeln Punkte. Bist du bei mir? Komm mit, hier rein. Samsung? Und der letzte ist hier. Fatru. Oh, fünf Diamanten auf den Nacken. Zack, let's go. Okay, ich habe nichts bekommen. Glas Bridge. Nein, das schaffen wir nicht mehr. Doch, 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 was drauf, was drauf. Schaffen wir das noch? Teckers Kid, er rasiert ganze Geld. Ja, weil er Dings hat. Jetpack hat. Der Ehrensoße. Guck jetzt, bist du hier? Ja. Und dann geht mal hier. Guck mal, guck mal, guck mal, was er macht. Ah, Mann, ey, du hast mich geschubst, Andru. Du hast mich auseinandergenommen. Esel, du. Guck jetzt, zack. André. Ich gebe auf, Digga. Ich gebe auf. Er schippst dich einfach die ganze Zeit weg. Hier vorne und dann kann man hier hin und da durch, Junge. Baby. Äh, Baby? Ich glaube, ich habe es bekommen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich bekommen habe. Nochmal. Zack. Hier rüber. Zack. 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 Ich war gerade da. Gravity. Komm, Gravity. Oh, die wollen gar ein Game. Nein, Gravity. Ja, drei gegen drei. Komm, 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 komm. Gravity, komm. Gravity, bitte Gravity. Das wäre richtig geil. Guck, wir sagen schon Gravity. Das heißt mit W. Das R ist ein W in Englisch, Leute. Ich sage euch ehrlich. Lasst einen Like da, falls ihr das genauso wisst. Was kommt? Gravity. Oder? Mit Sterne. Ja, Gravity, oder? Oder das Gun Game. Ja, ja, Gravity. Oh mein Gott, das ist Gravity. Okay, das ist cool. Vielleicht. Okay, ich habe eine Ahnung. Guck mal, er wusste schon davor, dass Pink wird, Bro. Er hat gekauft. Rot, rot. Einer ist runtergefallen. Red wieder. Ich mache eins gegen eins. Guck jetzt, guck jetzt, guck jetzt. Ich ziehe ihn jetzt. Komm zu mir, Olovan. Nicht dich. Okay. Eher los. Pink, Pink, Belly. Purple, Purple, Purple. Ich bin blind. Junge, du bist zu schlecht, André. Green. Okay. Ich bin bei Green. Du schaffst das. Habe ich ein G-Dings? Pink, Pink, Pink. Tacker, Junge. Geh mal weg. Boah, ich hätte ihn gefischt in der Luft. Ich bin Fischer. Boah. Orange. Du rasier mal jetzt. Was machst du da? Ich rasiere, ich rasiere. Patron. Junge, er fliegt einfach immer. Green. Guck jetzt. Du schaffst das. Gechippt. Doch nicht gechippt. Ja, jetzt gechippt. Nein. Komm her, Junge. Also, das ist ja übel leicht, Bro. Also, Gravity ist zu leicht, sag ich dir ehrlich. Das ist echt leicht. Hast du komplett gewonnen, oder was? Nein, 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 noch nicht. Nur diese Bubble Blasen. Purple. Ich gewinne das noch nicht. Ah, einer ist runtergefallen. Nochmal Purple, nochmal Purple. Ja. Gechippt. Tu es. Tu es. Oh mein Gott. Tu es. Oh, Nummer 8, Digga. Er hat auch gewonnen, Digga. Ehrelos habe ich auch gewonnen, Junge. Ich bin gerade einfach verpackt, geslidet. Ich kann mir Schwert holen. Oder Real of Love. Real of Love? Ich mach Real of Love. Real of Love? Was ist Real of Love? Ich will auch Real of Love. Daher haben die so eklige Items. Ich mach Real of Love. Komm, komm, komm. Gib mir, gib mir Jetpack, Bro. Bitte. Aber nicht. Jetpack. Nein. Ich hab diese... Die sind richtig schlecht. Ja, die sind gut zum Safen. Warte, kein Items dropen? Nimm, 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 nimm. Mach noch einen. Oh, okay, okay. Komm, 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 komm. Komm. Alge, Alge, Alge. Ehrenlos, was kriege ich? Du wirst niemals herausfinden, was du kriegst. Ich werde echt nicht herausfinden. Hast du irgendwas in den Inventar bekommen? Nichts in den Inventar bekommen. Das ist bodenlos. Ich hab Stinkgranaten jetzt. Okay, das ist echt schlecht. Okay, Andre. Möchtest du wieder alle haupten? Komm, hier. Mr. Beast kommt. Oh mein Gott. Zeit für PK. Ich hab immer ein Safe. Ich hab immer ein Safe für uns. Guck mal, ich chip die jetzt raus. Hab ich runtergechippt? Ich hab beide gestinkt. Sehr gut. Mr. Beast kommt hier in die Ecke. Vor uns. Er spricht daneben. Tecker, tecker, tecker. Haben wir geteckert. Tecker ihn, tecker ihn. Was? Tecker ihn, tecker jetzt. Jetzt. Wichtig. Tecker ihn. Schlitz ihn. Ähm, Mr. Savage. Hier, hier, hier. Andre, kommst du dir, kommst du dir? Tecker ihn, tecker. Nikita, die. Andre, Nikita, die. Bitte. Ich hab ihn geteckert. Ich steig. Loser Fruit. Habs. Nein, ich wollt zu ihm. Ah, Andre, lass ihn geteckert, bro. Ja, ist halt wirklich so. Er kann nichts machen, er haut nicht. Er weiß nicht mehr, wie das geht. Hab ihn. Okay, du bist einzig, einzig dein Erzfeind. Guck mal, weißt du, wie ich ihn jetzt hops nehmen werde? Bro, mit der Bubble. Gänse aus. Gänse aus. Ah! Er jetpackt, Digga. Überleg mal, wie lange er dafür gespielt hat. Ja, Bro, er ist ein richtiger Loser. Wir brauchen eine Waffe, Bro. Mr. Beats. Oh! Hä? Aber er kann gar nicht verlieren. Überleg mal. Ja, er kann auch nicht verlieren. Das ist übel dumm. Er ist einfach dumm. Ist einfach okay. Oh. Nein. Er hätte auch verloren, ne? Er hätte... Echt? Ja, er hätte auch verloren gerade. Echt jetzt? Mit Jetpack? Ja. Hast du deine Münzen noch? Deine Wii? Für Wii? Nein. Alle weg, Bro. Ich hab keinem Wii. Oh, das liegt da. Nein, Spaß. Geht dann los. Er geht jetzt. Er hat Dings geküsst vom Glück. Guck jetzt, was er kriegt. Ah, er kriegt eine Angel, du Noob, du Bob. Hahaha, Noob. Ups. Ich nerve ihn. Nerf ihn. Lass ihn nerven, Junge. Nerf ihn richtig toll. Boah. Er hat es haupts genommen, muss ich ehrlich sagen, gerade. Denkst du, du darfst an meinen Wheel oder was, ey? Lass mal keinen an unseren Wheel lassen. Ich sag, oh, sorry. Alles gut. Okay, okay, André, was machen wir? Gun Game, komm. Gun Game ist unser Modus. Gun Game ist unser Modus. Lass unsern Modus, Digga. Ich sag euch ehrlich, in Gun Game macht keinen Anschein. Wir machen Tekka-Skid komplett kaputt, Freunde. Ich sag euch, wir gegen Randoms. Das wird ein neues Format auf meinem Kanal. Wir gegen Randoms nenn ich das, Digga. Falls ihr da Bock drauf habt, lasst jetzt ein Like da. Schreibt unten in die Kommentare, wir gegen Randoms. Mit W aber. Nicht mit R. Er wird weggeknallt. Randoms. Er wird so weggeknallt. Wo ist er? Da, da. Er holt sich die Sniper. Haben wir. Down. Haben wir. Sehr schön. Schießt auf mich? Nein, nein. Zack. Geh mal schlafen. Gelb, André. Gelb, gelb, gelb. Geh mal schlafen. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Okay, okay. Ich sag dir ehrlich. Ich hol mir das Schild. Ja? Jetzt kannst du gucken, was du machst, Digga. Okay, krank. Oh, du Mann. Ja, ich hab mein Schild verloren. Ey, das ist ehrenlos. Da hinten ist übelst die geile Gun. Oh, Entschuldigung. Nein. Ich hab beide. Bluuu. Ich bin dafür runtergefallen. Du auch. Ich auch. Wer hat die Waffe von uns? Einfach keiner. Hä, wie ist denn los? Einfach keiner. Gib mal Punkte, gib mal Punkte. Ich will drehen, ich will drehen. Ich hab fullen Waffen. Komm, 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 letzte Runde. Ey, ich hab auch noch die Waffe. Wir haben die Waffe. Es geht weiter, wo keiner drauf ist, Digga. Echt jetzt? Es reicht einfach nicht, Bro. Komm, lass einmal diese Raten erraten machen. Bro, nein, lass nicht machen, lass nicht machen. Wir haben die Pistole noch. Ich hab noch die Pistole. Wir können damit alle Hops nehmen. Ich hab noch die andere Pistole. Warte, zeig nicht, zeig nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir klären jetzt damit. Okay, 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 okay. Jetzt müssen wir halt warten, bis das vorbei ist, dass wir die geben. Das ist ein bisschen wohnlos. Ja, das ist ehrenlos. Kann man sich hier einen Kopf kaufen? Wie viel kostet der? 25. Okay. Wir dürfen aber jetzt eigentlich sterben. Kann man mit den Eicheln machen eigentlich. Ich weiß nicht. Vielleicht kommt noch ein Update. Dann kannst du mit den Eicheln noch was kaufen. Vielleicht kann man die auch eintauschen. Vielleicht schon. Oder wir haben das Spiel kaputt gemacht. Ne, 30 Sekunden, dann ist das Spiel vorbei. So, Round ist vorbei, André. Und wir schauen, was wir bekommen. Meine Waffen sind weg. Meine auch. Man muss sie droppen. Meine Waffen sind weg. Wir hätten sie echt droppen müssen. Schade. Oh no. Okay, wir hätten echt rasiert. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen die irgendwie trotzdem nochmal oder so. Oder wir kommen und wir kriegen nochmal Gun Game. Das wäre auch wild. Das wäre nochmal wild, ja. Game ready? Ready? Oh, warte mal. Wir hätten, oh man, wir hätten dann Punkte verhaben können, so lang. Ja. Okay. Oh nein, wir haben keinen Geil. Triangle oder Shapes. Ja, Shapes. Komm, Shapes hatten wir noch nie. Jetzt kommt eh wieder YouTuber. Ja, jetzt kommt YouTuber, der Guy. Ehrenlos. Warum macht der eine Triangle? Triangle? Der hätte Shapes machen müssen. Boah, er ist so lost, wirklich. Er ist echt lost. Jetzt kommt YouTuber. Egal, wir nehmen die wieder hops. Aber es macht keinen Sinn. Wir können diesen, wir können, wir müssen den knüppeln, Bro. Wir müssen den knüppeln. Egal, was das ist, ich knüppel hier. Hier ist er, hier ist er, knüppel. Wo ist er, wo ist er? Hab ihn einmal geknüppelt. Guck mal, er hat in den Kopf sich geholt, Digga. Er läuft richtig weit weg. Ja, ist richtiger Läufer. Guck mal, wie er angelt. Hab ihn geteckert. Sehr schön. Lauf mit ihm, Mega. Wir müssen angeln, wir müssen angeln. André. Ich geh rüber, Mega. Hab ihn geangelt. Nice. Er hat mich nicht geangelt. Ninja. Hä, einer ist richtig los? Er will Freunde machen. Er will Freunde machen, denkst du? Oh, ups, Entschuldigung. Ich hab's ja haben. Nein, gekillt. Mr. Beast, Mr. Beast, bro. Mr. Beast, bro. Mr. Weave, man. Junge, du bist so ein Weiner, Mr. Beast. When you see this win, you give me two million dollars, alter. Because I lose wegen dir, ja? Bruder, was ist das? Egal, Freunde, ich würde aber sagen, ich sag euch ehrlich, das ist halt ehrenlos, ne? Diese Jetpack-Session ist ehrenlos. Und ich sag euch ehrlich, ich werde irgendwann ein Jetpack mir holen. Und dann werde ich hier alle auseinandernehmen. Wie der Kass geht, Junge. Der Ehrenlose. Ich hab, ich hab ein Jetpack bekommen. André, die Aufnahme geht weiter. Die Aufnahme geht weiter. Ich hab gerade, wir haben gerade gedreht. Wir haben gerade gedreht. Offscreen, Freunde. Das Video war eigentlich schon vorbei. Ich hab ein Jetpack bekommen. Der Kass-Kid, hä? Hä? Was ist jetzt dein Problem, hä? Freust du dich, ne? Ehrenloser, Digga. Das ist Bonusrunde hier. Nach Abmord, Junge. Das ist Bonusrunde. Ich sag euch, wie es ist. Pink, wo ist Pink? Ach, ist mir egal. Ich weiß nicht. Hier, hier ist Pink. Okay, ja, Papa. Okay, wichtig. Junge, wie viele gerade gestorben sind, Digga. Green. Das war auch schwer. Boah, jetzt hast du keine Chance, Digga. Ich sag dir ehrlich. Bro, ich treffe ihn nicht. André, ich treffe ihn nicht. Ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab ihn ganz einfach folgt. Er wusste nicht, wohin. Okay, okay, okay. Pass auf. Wir müssen ihn kicken eigentlich. Diesen anderen. Und dann müssen wir uns komplett fokussieren auf Tekkas-Kid. Haben geklatscht. Komm, Rot. Komm, Rot. Ich sag doch, komm, Rot, André. Wenn du meine Jetpack hast, von meinen Diamanten, die ich dir gegeben habe. Was laberst du? Hast du es auf Aufnahme? Haben wir nichts? Ja, haben wir. Haben wir nicht? Komm mal her. Ist das Pink? Ja, das ist Pink. Ist das Purple? Nee, das ist Purple. Oh, mein, äh. Purple. Okay, André. Yeah. Guck mal, guck mal, wie er ihn hauen will. Er will, er denkt, er sind Freunde. Komm doch her, Junge. Komm doch her. Bro, mein Leben, meine Lebensaufgabe ist, dass er verliert. Ist so. Er hat verloren. Nee, hat er nicht. Er hat nicht verloren. Okay, er wird es dir schwer machen, oder man? 20 Sekunden. You can do it. Jetpack, oh Mann. Alles gut, alles gut. Hauptsache, er gewinnt nicht, Digga. Er gewinnt ja auch, wenn es vorbei ist. 10 Sekunden. Klatschi. Oh mein Gott. Klatschi. Bro, was hat er gemacht? Denk dran, Würfel geht gleich over. Nein! Aber du hast gewonnen bei mir. Ich habe auch gewonnen, alles gut. Ich habe auch gewonnen, aber er hat auch gewonnen. Wir haben es nicht geschafft, Freunde. Haut rein, macht's gut, peace.